Hallo. Hallo Leute. Ich bin Dennis von DadaMission. Ich bin der Max von DadaMission. Und ja, er zockt auf super flach. Ja, dann würde ich mal sagen, beginnen wir gleich. Ja, unten seht ihr alles eingeblendet und so. Machen wir noch kurz nochmal weg. Und ja, dann zock mal. Ja, hier sind wir wieder auf super flach, super flach, yay, Dorfbewohner, Dorfbewohner. Und ja, letztes Mal bin ich ausgerastet ein bisschen. Schmied. Und ja, dann wollen wir noch mal runter gehen. Hier wollte ich was anbringen, aber jetzt noch nicht. Ja, Willkommensgruß. Hi. Jetzt springen wir mal. Dummes Teil. Und ich klau den mal ein bisschen Weizen. Oh. Ich bin der Weizendieb. Ich kann mich nicht aufhalten. Stopp, Polizei. Mist. Scheiße. Ähm. Sorry. Aber naja. Mir geht's im Moment jetzt nicht so gut. Ich hab trotzdem Bock aufzunehmen. Also, ja. Also, wir sind auch egal, ob die Welt untergeht, wir nehmen trotzdem auf. Wir haben vorher unsere Welt gesichert. Wir haben so ein Anti-Weltuntergangs-Update. Ja, uns kann eben keiner besiegen. Spaß. Ich bin Chuck Norris. Mano. Verdammt, warum? Ähm. Alles ist frisch. Alles ist frisch. Ich bin verdorben. Okay. Hoffentlich ist es nicht langweilig. Okay, jetzt hab ich genug Weizen. Ja. Weil es dauert ungefähr 100 Stunden, bis du da alles abgefarmt hast. Tolles Angebot. Äh, ich will irgendjemand haben mit Weizen. Wow. Weizen? Äh. 19 Wolle? Dann geb ich das Maragd. Hä? Hier war doch noch einer. Leute. Ihr könnt verstecken spielen. Auf die Leiche und auf die schwere Tour. Gefunden. Alter. Ich sehe Bücher. La la la. Oh, hallo. Weizen? Bau, 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 bau. Ja, ähm. Wir sind voll gut ausgerüstet. Ja. Hey. Ich bin ganz schön mager. Ja. Ja. Echt komisch, wa? Echt mein bisschen crazy shit. WTF, wie lange dauert das? Ja, keine Ahnung, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott, sie haben Waffen. Oh, ähm, wie willst du bitte Fisch bekommen? Ja, wie bitte? Ey, als ob es auch super flach irgendwie Fische gibt. Ja. Zum Glück spielen hier kein Pokémon. Warte, bitteschön, dankeschön, abgezockt. Ich frage mich, wie viele Smarakte die überhaupt haben? Jetzt hab ich dich. Geht doch eins. Genau so schieden. Ich, ich, ich komm nicht mal durch die Tür durch, Alter. Voll der Back so? Ja, genau. Also das ist meine Bude. Sieht doch sehr schön aus. Kleinwüchsig. Hallo. Wow. Können wir hier nix benutzen. Ja, wie soll man das hier bitte benutzen? Oh, da bist du ja, Weizenmann. So, Dankeschön. Weizenfuzzi. Eber hat nicht im Auge Kies. Ähm, gefunden, aber will ich grad nicht haben. Ja, ich weiß, es ist schon so. So, wir nehmen erst vier Minuten auf. Ach, wisst ihr was? Die Welt ist so langweilig, da stell ich doch gleich mal auf einfach. Ja. Wer mich da nix angreifen würde. Ich dachte schon, du verlässt so die Welt. Was guckst du mich so an? Ja. Du musst mich mit hin. Ach so, ja, hab ich abgebaut, weil das stand im Weg, da konnte ich nicht hier rauskommen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich so schlafen könnte. Halt in die Fresse. Ja, wirklich, ey. Ruhestörung. Ich will hier nochmal. Ups. Ich will hier pennen. Ey, du hast Holzschwert, aber eine Eisenspitzehacke. Ja, weil ich auch beim Schmied gefunden habe. Naja, stimmt. Ja, hab ich schon ganz so gestern. Ähm. Also, was pack ich rein? Was? Was packe ich jetzt rein? Keine Ahnung. Und dadurch das? Das? Du darfst bewohnen also eine Kiste packen. Einquetschen. Hilfe, ich komm nicht mehr raus. Ähm. Ich sag dir Klapp halten. Ey, ich zoomen wir mal ran. Klapp halten. Ich behalte ich. Sniper. Piu. 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 Daneben. Piu. Ich kann nicht schlafen. Ach so, warte, geh mal nach oben. Snipern von da oben. Ok, ich hab schon Angst vor denen. Ich habe auch ein bisschen Apokalypse Apropokalypse Apokalypse Was sind das für Agro-Kinder da draußen Ich kriege einen Anfall Leute Ja, das hält man echt nicht aus Mein Kopf tat schon weh Meiner nicht Was wolltest du machen? Samen anbringen Ja, wie bitte? Äh 95 Samen habe ich da unten 95 Äh, 95 Du weißt du brauchst gerade mal Wasser dafür Und das stellt dich jetzt für ein kleines Problem Ich weiß Weil du auch keinen Eimer hast Aber dafür schiede ich mir einen Spaß Nein, also wir schieden so nicht Sag mal kurz du mir die Items Wirklich? Ja Also nur zur Info, dass wir es mal drinnen haben Und jetzt mach es wieder weg Manu Nur zur Info, dass wir es drinnen haben Leute Ja, also wir wollten Aber wir werden es auf jeden Fall nicht benutzen Nein, überhaupt nicht Lass mich mal kurz drinnen benutzen Spaß Du hast keinen Eimer, das ist echt scheiße Ich weiß Ja, das kann ich doch benutzen Kann ich doch benutzen Was denn? Hoffentlich fällt es nicht in die Lava Also jetzt kann ich nicht mehr in die Lava fallen Mhm, aber Aber ins Wasser Ja, genau Das ist eigentlich auch unlogisch schwerer Du weißt, es wird schon wieder dunkel Das ist echt krank, wie es immer nur dunkel wird Es wird dunkel Da habe ich gerade noch einen gesehen Er rannt um sein Leben Dum 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 Ja, dann Oh mein Gott Echt, ich glaube ich kriege wirklich mal eine Krise von denen Ah, jetzt ist es aber normal Ich dachte schon, du pennst wieder an der Wand Zum Stein Ich stecke fest Leute Ja, dann Äh, lol Äh, lol Toch mal lolololololololol Spaß, das habe ich absichtlich ge... Achso Mann Er hat so aufgezählt Dennis Dennis Hohl Stöckchen Hohl Stöckchen Mami Was bittest du an? Nö Kratzab, kratzab, kratzab Danke Bist du der einzigste im Dorf nur noch Das wäre auch schön Naja Dich behalte ich Na gut Ne Der hat so schöne Augen gehabt Wie viel Heinen Kekse nochmal Wie viel hat's? Ein Hungerpunkt Vollidiot, vollidiot, vollidiot Also unser Manager ruft uns grad an Ja, keine Ahnung wer gerade anruft Sorry Leute, du zockst mal kurz weiter Ja Na, ich lass dich am Leben Hallo 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 Ja 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 Leute Ich bin hier grad auf der Suche wen ich töte und wen nicht und wir wollen mich halt hier veräppeln Verkaufen Aha Danke Äh Ja Okay Raus von meinem Haus Raus 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 Verdammt Ich komm hier hoch Achso Mein Schwert ist kaputt gegangen Ähm So, jetzt bist du völlig Völlig, 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 völlig Völlig Na, entspannt Tod 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 Danke Tod 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 Und du verschwendest dein Schwert nur für die dummen Dorfbewohner. Ja, für die Idee ich nicht haben will, außerdem dauert es mit der Hand zu lange. Hallo. Ey, schon wie ein Fisch. Der ist jetzt so tot mit den Fischen. Tod. Ey, das ist doch echt krank. Oh mein Gott, guck mal was es hier gibt. Alter, fünf Diamanten im Necht. Ja, fünf Diamanten. Fünf Diamanten in der Leere. Hm, kann es sein. Wäre doch schön. Nein, nein. Spaß. Ja, du willst also keine fünf Diamanten in der Leere. Fünf Diamanten in der Leere bringt dir gar nichts. Oh ja, stimmt. Ist mir das jetzt aufgefallen, was ich da quasi fasele. Fase, fase, blase, blase. Und sorry für die Unterbrechung eben. War es auch egal. Alles deine Schuld. Also, damit ihr seht, dass wir super flach sind. Und jetzt lasst den Schwachsinn, das weiß jeder, dass man das nicht abbauen kann. Kann man das abbauen? Spaß. Ähm. Oh, Holz. Holz. Hab ich noch Angst? Nö. Naja, brauchst du einfach so ab. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Teil. Ja, dann bis zum... Warte, 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 warte. Bis zu den nächsten Parts. Und tschüss. Bis auf Wiedersehne. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.